einen schönen guten morgen es ist gerade 10 uhr 29 also es ist 10 uhr 29 und ich möchte sagen diesen gestrigen video von gestern habt ihr schon das geschaut von gestern video gestern ist ein video hochgeladen und leute wenn ihr diesen video geschaut habe dann lasst unbedingt dann mal nach oben da das letzten video von gestern bitte ein leichter lassen alle mein video und die könnte schon an diesem titel lesen es geht um liegt es geht um einen fußballergebnis so wie immer bei meinem abkanal das ist nicht etwas neues beim fußballkanal ergebnis und ja es ist 10 uhr 30 bis jetzt und ich könnte schon zu lesen legger gestrige spiel nance gegen lille gegen lille nance gegen lille da bin ich mir nicht so sicher ob da ich weiß gar nicht wie sie gespielt haben aber in der ersten halbzeit weiß ich nicht weil ich bin ich habe gestern gegangt und deswegen war ich nicht immer fußballergebnis deswegen habe ich nicht mehr fußballergebnis geschaut und ja aber ich sag mal in der ersten halbzeit hatte müsste eigentlich in der ersten halbzeit hat müssen eigentlich noch die Tore machen machen müssen also eigentlich hatte nance müssen 1 0 führen oder 2 0 aber ja sie haben einfach nicht gespielt ja und ja und die andere seite von lille in der ersten halbzeit haben sie ich glaube Tore gemacht ich weiß nicht ob sie die Tore gemacht haben oder nicht aber ich weiß gar nicht aber ich glaube in der ersten halbzeit hat er 0 0 0 zu 0 gestanden aber dann in der zweiten halbzeit geht es richtig richtig schnell und dann kommt der 1 zu 0 von Lille da kommt der 1 zu 0 von Lille und dann kommt das 2 zu 0 von Lille und dann kommt das ja weiß ich nicht dann kommt das 3 zu 0 aber Leute ich habe das im schon nicht gesehen leider aber wenn ihr diesen video euch gerne gefällt ist ein Abo da lasst ein like da lasst ein Abo da vergesst nicht die Glocke klicken dann erfährt ihr immer eine neue benachrichtigung und ja heute kommt bei diesem kanal wieder und ein anderer kanal kommt diesem video und Leute schreibt mir jetzt in die kommentare was wir noch mehr für video soll ich machen fußball challenge in real life in echt oder oder fifa videos oder essens fifa videos ich wünsche ich wünsche euch einen schönen morgen und ein schöner rechtliches tag und ja diesen video kommt online ich weiß nicht wenn aber es kommt heute definitiv online